Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Weiter-Let's-Play von Trensivolt 4. Ja, wir spielen das Szenario Sandwich & Farm, die Baureihe 101, also den IC. Ähm, ja, wie es mir aussieht, von... Ah, Sauer, ja. Von Bochum nach... Joa. Ne, Quatsch, Entschuldigung. Wir fahren nach Bochum. Wir fahren von Essen los. So, den Zug übernehmen wir nämlich. Joa. So. So, schwingen wir uns rein, machen alles soweit fertig. So, schwingen wir uns rein. Ja, das ist auch jetzt das erste und ihr könnt schön das zweite Trend the World 4 Video, wie ihr ja gesehen habt, ich habe ja meinen YouTube-Namen und alles ein bisschen geändert. Ja, es wird hauptsächlich jetzt wieder nur noch um Trend the World Videos geben, sei es aber auch um sie ab und zu, halt von allen ein bisschen. Ja, so, den verriegeln. So, dann geht's auch langsam los. Zug bei Einflussung. Zug bei Einflussung. Ja, wir fahren bis Essen durch. Ich, äh, ja, dauert ca. um die 20 Minuten. Das Ziel wird, denke ich, eine halbe Stunde gehen. Äh, joa. Genau. 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 Das Ziel wird, denke ich als viel, das rum. Jetztufen wir locker 50 Minuten. Und das ist eine halbe Stunde. resurge berührt. Und das ist sie wohl zum ersten Mal selbst. Ja, mit etwas Glück können wir demnächst die Bohre 642 erwarten. Also den Diesel DCU, zusammen mit der Strecke Aschaffenburg und der Nebenwagen, das wird auf jeden Fall sehr cool werden. Also den Diesel DCU, zusammen mit der Strecke Aschaffenburg und der Strecke Aschaffenburg. Ja, mit der Planung versuche ich, dass in der Woche auf jeden Fall zwei Videos zu machen. Ja, wenn es mal nichts wird, dann hatte ich leider keine Zeit. Aber ansonsten versuche ich mein Bestes, dass das alles funktioniert. Auch den nächsten werden wir auch mal ein paar News-Videos machen. Ich sage mal so im Wechsel wahrscheinlich mal ein News-Video, dann wieder ein Let's Play und dann immer so weiter. Ah, okay, now. Oh. Amen ... Schon? Vielen Dank. So, noch 9km sind wir an Essen. So, noch 10km. 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 Da sind wir dran, den nächsten ist unser Hälte-S Hauptbahnhof, der Aufstieg voraussichtlich rechts, ich fahre TSW4, Baureihe 101, IC, Mist. Zwangssensor, an der gleichen Stelle, das ist seit 3. April 2 schon passiert, dass hier eine Zwangssensor, ich weiß bis heute nicht, was da ist. Ne, schnell bremsen das Ding. Oh, er klingelt mir jetzt, ich fahre es nicht, ich wäre da. Er wird das Ding, ich fahre es nicht, ich fahre es nicht. �... wie er da... mann... Türfreie, Türfreie, Türfreie. Türfreie, gut, sonst gehts. die habe ich doch schon seit zwei wochen mit so oder so naja ne strecke noch dazu dass ich bin schon drinnen so 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 So. Ja. So. 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 Ganz früher naja. So, würde ich sagen, wenn ich das letzte Begefeind hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.